Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Schansen und wir spielen heute weiter Skats. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt gerade noch in der Zwischenwelt. Da waren wir lange nicht mehr und wie ihr seht, die gucken mich alle ganz drustig an und sie hat wirklich wunderschöne Brüste, wie ich gerade sehe. Hier, hier sind das lange Nippel. Gut, aber wie ihr seht, sind hier ein paar Sachen und ich habe die noch gar nicht angeguckt. Ich bin nämlich direkt wieder ins Abenteuer gegangen. Das wäre den Weg, den, das machen wir auch noch. Aber jetzt lasst uns einmal darüber gehen und schauen, was uns denn hier so erwartet. Weil ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber was ist das denn hier? Lass eine Seele hinter Ebene 3 zurück und komm um Mittelnacht, Mittelnacht, wieder. Lass eine Seele hinter Ebene 3 zurück, um Mittelnacht, wieder, okay. Okay, da waren wir noch nicht Ebene 3, keine Ahnung, was das ist. Und was ist er hier für einer? Ah, okay, die kann ich also hier sprechen. Willkommen am Nexus-Tor. Ich werde euch gleich zum unerforschten Riss weiterschicken. Doch nicht, ehe ihr euren göttlichen Körper in passende Rüstung kleidet. Alles das eure, falls ihr wollt. Reiß zu Tischen, okay. Ich drücke auch mal in eine Inventar zu überprüfen. Okay. Ich bin ja auch nicht weg, also ich muss da mal kurz rein. Okay. Okay. Ah, okay. Weiße Luft ist diese. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich mal gucken. Aha. Und was hat sie jetzt für uns hier? Zeig auf Avatar und hat mit A gedrückt. Was ist da immer so bohlenlos? Nicht dauerstück. Wow. Ellen. Schutzschild. Okay. Mal raus, mal gucken, was wir mit dir machen können. Gut, dass ich nicht auf euch gewartet habe. Okay. Erzähl mir von den Rissen. Worum geht's denn bei den Rissen? Das würde mich mal interessieren. Die Weberinnen haben nichts gesagt. Kurzfassung. Das Gewebe der Existenz wird zerrissen. Ihr kommt offenbar gut zurecht. Und mir mangelt es an Gottheiten, die das Chaos bekämpfen können. Seid ihr dabei? Oder seid ihr dabei? Äh. Ich glaube, wir sind dabei. Wir wollen jetzt mal gucken. Nun denn, ich bin bereit. Zeig mir den Riss. Kämpft gut. Kämpft gut. Ich bin gespannt, was ich da machen soll. Junge. Na gut. Bist er ja. Bitte, DM einen Riss zu beschwören und dreht durch das Hobby. Überquert die Brücke des Lichts. Okay. Okay. Mal sehen, was uns da erwartet durch diesen Riss. Hm. Ausgegrabene Grotten. Ne, doch ausgegrabene Grotte. Durchquert die Brücke. Okay, Hunger. Bahnt euch einen Weg durch die Herausforderung. Na gut. Warte mal, ich soll mal kurz mal ein Rasskopf drehen hier. Fertes Schwert. Ein Schild. Wieso habe ich zwei Schilde? Nur ein Schild. Warte mal kurz. Mal kurz gucken. Nein, nein, nein. Zementar gucken. Zementar habe ich gedacht. Was habe ich denn da? Ach, die Achse ist hier unten. Okay. Warte, kann ich die Achse hochsetzen? Ich bin jetzt gewohnt, dass die Achse mal oben ist. Ja, jetzt habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich die hier oben rausführen kann. Okay. Schnell an sich zu öffnen. Das ist X, um schnell an sich zu schließen. Öffnet sieben Truhen. Besitzt zwei, eine fette Aether. Tötet drei Gegner mit dem Schwert. So, erst mal haben wir hier eine fette Truhe, die wir auch machen können. Ach, das ist Ebene 1. Dann müssen wir als Ebene 3, hast du gesagt, dann sollten wir das geschafft haben, können wir die Truhe vielleicht öffnen. Was wir gerade eben gesehen haben. Wir machen es mal. Ein bisschen gespannt. Oh, hier läuft aber sehr flüssig alles. Ich bin ein bisschen auf die Gegner gespannt hier. Die werden wahrscheinlich nicht ohne sein. Ich bin ein bisschen auf die Gegner. Was ist das? Ach, das ist der fette Aether, den wir sammeln sollen. Okay. Dann gucken wir weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen hier im Rest. Ich glaube, wir kommen nicht so weit, aber... Ich muss ein bisschen aufpassen, mal kämpfen. Oh, hier, was finden eigentlich? Oh, da oben ist auch irgendwas. Herr, Meteoriten aus einer gefallenen Welt. Hab ich denn irgendwas, was ich an Leben habe hier? Oder kann ich überhaupt noch was mitnehmen? Gucken. Waffen, nur Lebensschild, Rüstung, Lebens... Rüstung, Lebens... Rüstung, Lebens... Wir machen bestimmt ein Leben vielleicht. Ist er nicht schon verkehrt? Getränke? Nee. Okay. Jetzt ist es gut, dass ich ein Schild habe. Vorher nicht gehabt. Jetzt haben wir ein Schild, das war gut zum Block mal benutzen. Okay. Nächste Höhle. Hier sieht es aus, wenn gleich ein Feuerdienst kommt. Nee. Geht auf jeden Fall runter. Okay. Kosmischer Projektor. Benutzt den Kosmischen Projektor und man aberst, das haben wir schon. Neuer Rekord. Ach, Ebene 2 erreicht. Okay, neuer Rekord. Na gut. Wird wahrscheinlich der einzige bleiben. Keine Ahnung, ob wir es weiter schaffen als bis hier. Irgendwann hier stimmen wir. Ich sehe euch. Hm. Ich hatte keine Zeit. Geht mir das noch weiter? Es geht nicht mehr. Hecht! Ich gehe jetzt nicht mehr. Ah, wir haben bloß keinen Schubstück mehr, ne? Ja, ohne Schutzschild ist natürlich ein bisschen scheiße. Na gut. Mal gucken, dass wir hier... Das ist wahrscheinlich die Herausforderung, dass man es schafft, ohne ein Leben komplett zu... Schubel 4, ja. Ein FP-Punkt. Hervorragend. Mal gucken, wofür die FP-Punkte sind. Mal gucken. FP, 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 FP. Ich erst bauen? Drei Stück. Mal gucken. Chance, Chance, was ist das hier? Ja, Chance. Chance, wofür das Leiden Bluten zu wirken? Wir reden vom Schwachpunkt. Schau mal. Was? Wirft... ...fluss von 100% Schaden für jeden eingehenden Angriff zurück, bis zur Eintrachtaufgabe. Alter, was ist das? Nelden will Bestienklinge. Oder drei voller göttlicher Zornladung. Was ist das? Werft den Schild von Marno auf der Schlachtwelle und gereift ihn dann mit Hilfe der Starres von Baku, um dem Schild in eine riesige Kreissäge zu wandeln, um den Gegner zu Gegner sprengt. Werft die Steinmetz-Axt auf der Schlachtwelle und greift sie dann mit Hilfe des Stachels von Baku, um sie einen mit tödlichen Meteor zu wandeln, der in die Gegner kracht. Erhöht die Reichweite, haltet es hier zurück, während ihr das Schild von Marno haltet, um die Stacheln auszufahren. Schlagt dann mit einer anderen, was wird dagegen, um die Gegnern. Machen wir den mal hier. Gucken, was da rauskommt. Aber ich habe leider nichts, um mich in die Stärke zu machen. Das Gehöl dieses Verboten lenkt Gegner ab, die den Zorn, okay. Okay, auch so. Wir müssen ja so reinkommen. Warum noch leben? Hier ist eigentlich nur eine coole Tour. Was? Wenn Verursachen von Schaden der Blutung bewirkt, okay. Hauen wir mal in den Handschuh rein. Gucken, was geht. Perfekt. Nee, nee, nee. Das Kern erwischt. Hier, es geht noch eine Etage tiefer jetzt. Das wäre in Ebene 3, würde ich behaupten. Okay, also werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Nicht mit dem Leben, glaube ich. Oh, ich kann gleich mein Schwert in den Luft halten, da kann ich ein bisschen mehr Power haben, aber mal sehen. Oh, jetzt kommt die göttliche Prüfung. Okay, die werden wir nicht schaffen. Neuer Rekord. Versuchen wir es nochmal, wenn wir es nicht schaffen. Definitiv. Geh, wenn ich das überschreite, geht's los. Ah, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Das war wohl nichts. Schade. Wie schade. Ich habe doch gerade den Finger am Schrank zerstört. Was wollt ihr zurücklassen? Na gut. Begünstigt ihr eine Seele? Göttlich. Hinterlasst eure Schreckenseele, um andere kosmischen Hälfte zu helfen. Hinterlasst eure Schreckenseele, um andere kosmische Hälfte herauszuholen. Wo machen wir das hier? Aber hinterlasst eine Ebene 3 oder hinter Ebene 3? Das ist die Frage, ne? Wollen wir mal gucken, was da bleibt. Wir gehen einmal zur Zwischenwelt zurück. Ich will einmal sehen, ob uns das vielleicht für die Truhe was bringt. Aber man kehrt zum Mitternacht zurück. Das ist natürlich gar nicht, ne? Wollen wir mal? Lass deine Seele hinter Ebene 3 zurück und kommen mit nach wieder. Also wir probieren es noch einmal, glaube ich, oder? Kriegen wir, glaube ich, nochmal hin. Ihr dachtet doch nicht etwa, ich würde euch einfach so gehen lassen, oder? Nicht ohne euch zu geben, was ihr verdient habt. Voll verdient. Seid vorsichtig und kauft gescheit ein. Ich kann nix kaufen. Ich hab gar nicht so viel Geld. Brauche ich denn? Ich brauche diese scheiß Perlen. Die hab ich ja nicht eingesammelt. So ein Kack. Toll. Es gibt noch mehr, falls ihr euch dem Kampf anschließt. Das Universum breit aus. Ich werde genau hier auf euch warten. Ich existiere auf vielen Ebenen. Warum nicht auf dieser? Wollen wir eine Runde machen, oder? Dieser sterbliche, Abraxas. Er verbringt wohl gern seine Zeit an der Seite. Ihr wollt etwas, ich weiß. Dann gehen wir nochmal rein. Kämpft gut. Ich hab ja Glück. Das klappt ganz gut jetzt. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ich will, was ich will. Konventionelle Regeln gelten nicht innerhalb des Risses. Und so geht der Kampf weiter. Aber in einem Riss könnte ich... Oh gut. Guck mal, wann es jetzt geht. Wir haben ja Glück. Jetzt geht's besser. Ich glaub's zwar nicht. Ich muss auch gar nicht so doll immer kämpfen. Auch jetzt sind wir irgendwo anders. Okay. Sieht mir ein bisschen anders aus. Okay. Wenn wir diesen anderen Risschen lassen. Ebene 1. Auf. Achso, das ist was anderes hier. Ich weiß nicht. Einesens der Isis ist vielleicht gar nicht so schlecht Zurück Das hatte ich noch nicht Das hat mich ja noch nicht gehabt Das hatte ich noch nicht gesehen Okay, du willst es überhelfen. Wir haben noch relativ gut Leben. Schauen wir mal, was ist das so noch hier. Die Truhe, die nehmen wir noch mit hier. Leere sogar. Mein Fertigkeitspunkt da. Jetzt machen wir gleich die Fertigkeitspunkte. Dann lassen wir sie gleich reinsetzen, bevor wir da in den Kampf gehen. Damit wir die schon mal weg haben. Wieder zurück. Die Punkte, dann hast du die mal auf. Lass ihn schaden erstmal. Zwei. Nichts. Ich mag diese Axt. Das hier sieht aus, ob er da runterfallen soll. Sagt ihr. Definitiv. Okay. Oh Mist. Was hat mich denn da gemacht wieder? Was hat mich denn da gemacht? Ich bitte da. Ich bin mit der Axt gekämpft, ne? Das ist vielleicht dumm. Wie schade. Was wollt ihr zurücklassen? Aber was ist nochmal? Ich springe direkt nochmal rein. Danach ist direkt nochmal rein. Dass es um unsere ganzen Sachen geht. Das wäre das auch. Schau mal. Okay. Am besten ist, den muss ich nicht sehen. Weil sie jeder so nichts machen. Erneut versuchen. Wir versuchen nochmal. Jetzt muss es klappen. Kann ich das gleiche nochmal machen? Oder muss es jetzt wieder was anderes sein? Das ist ja die Frage, ne? Das ist immer was anderes, ne? Beseelte Höhle. Okay. Hier waren wir ja schon, ne? Das ist also ähnlich aus wie die, wo wir schon waren. Wirklich verkehrt. Nee, ist richtig. Wirklich verkehrt. Wirklich verkehrt. Ihr habt es geeindruckend. Oh Mann ey. Beeindruckend. In der Kaff. Ja. Doch gar nicht ey. Das ist gar nicht so leicht. Also, ja. Wahrscheinlich bin ich einfach so blöd zum Kämpfen. Aber ich finde es wirklich nicht so leicht. Kann man aber schon noch besser machen. Ich bin... Ich muss mich mit dem Blocken noch so ein bisschen besser hinbekommen. Bin echt schlecht am Blocken. Dann jetzt Gegenstände über die dimensionalen Brunnen. Was denn zum Beispiel? Nutz dimensionale Brunnen, um stabile Güter zurück in andere Welten zu schicken. Ah, okay. Weg. Ist doch gut. Weg sind sie, oder? Sind sie jetzt weg? Was können wir jetzt denn? Okay, ach, das kostet nämlich 63 Rissperlen. Ist natürlich auch ein bisschen kacke, ne? Na ja, gut. Gut, so, ich versuch noch einmal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann lassen wir erstmal den Riss. Aber witzig ist es schon. Dann gehen wir weiter in der Story, würde ich sagen. Zerbrechen, um einen Teil der verlorenen Beute zurückzuholen. Ach, weil wir hier schon mal waren. Okay. Sakura Kriegerfächer. Wir sind und wir lassen. Wir werden bei uns. Oh falt. Emhod. Ja. Wir werden jetzt da. Ja, ich nehme es dir. Ja. Wir werden da, die Krape. Komm schon wieder. Wir werden hier ja. Wir werden da. Oh, der Kopf. Ach, hier wäre der Gegner nur gewesen, ne? Können wir das machen? Hier ist er durch. Okay. Oh, hier hat gar kein Dings mehr. Oh, okay. 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 4-3 Ich denke, wenn man nicht die Stimme hört, dann kommt jemand noch gerade mit der Gange. Das ist cool. So, hier geht's hoch. Bam. Jetzt runter. Gut. Jetzt kommt die dritte Runde. Gucken wir mal, ob er es schafft. Können wir wieder so einen Wunsch her? Also, ich muss mal kurz gucken, was kostet das denn? Auch gesendet. Ach, die Risspellen habe ich auch gesendet. Das ist natürlich praktisch. Wir müssen. Schicken wir alles los. Er ist aber nur bestimmt, hat er gesehen, es gab eine Kapazität. Also wir können nicht unendlich viele Sachen dahin schicken. Aber das, was wir jetzt haben, müsste ja eigentlich reichen. hat näher über die Stimme der Neuer. Und unternehmens Geschichte das Pestarium in Neur und Kode. So, göttliche Puffen. Jetzt bin ich gespannt, wie ich das mal hindringen. Eigentlich sollte es gar nicht so schwierig sein. Ich muss bloß aufpassen, wie ich es kämpfe. Okay, warte. Okay, warte. Okay, warte. Was ist das? Oh Gott. Oh. Oh! Oh! Okay. Okay. Oh! Wo ist es gewesen, wann? Hello, die Waldfeele hier! Erstauntlich! Da kommt man doch ein bisschen den Schlitzen hier unten, oder? Wie kühl? so ein stuhl ja auch nicht gut soll ich die weg Wo es weiter geht. Nur kurz. So. Reifen und ziehen. Wo geht es da rein denn? Okay, ich dachte, das wäre schon gewesen, aber anscheinend war es das noch gar nicht. Oh, oh. Mal gucken. Bin gespannt. Altar des Trosts. Neuer Rekord. Warten kann man hier was einsammeln. Machen wir mal. Was immer das ist. Wollen wir kurz mal in den links reingucken. Ähm, in der Tat. Ja, es stirbt ein Gegner durch, die mit diesem Räder bestückt werden. Er erhaltet ihr zu, ich 100% erdebt. Ja, auch das ist natürlich gut. Machen wir mal. Waffen, nur Wasser, Schaden, Rüstung. Okay. Okay, kann man Wasser, Schaden, auch noch. Gut. Besser. Fallen. Okay. Gut. Geht es jetzt mal weiter, was? Ich bin mal hier gespannt. Oh, jetzt gibt es irgendwie Ärger hier. Okay. Da geht es hoch. Ach du Scheiße. Ey. So. Ich bin. Okay. Okay, du bist du. No, I'm missing Oh, ein Krocken, echt. Nein. Ich hätte noch die Rüstung nehmen sollen gleich, habe ich vergessen. Oh, ich verderbte Spast. Na gut. Aber wir haben was geschafft. Och komm, wir lassen mal den zurück. Wir müssen uns auch mal kämpfen. Cool, cool. Besten Liste, Freunde. Aber ich habe nicht so viele Freunde, die ihr seht. Krass. Wir gehen zurück zur Zwischenwelt. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich voll durchgeschwitzt fast schon. Das macht schon Sinn. Mehr tut mir mein Finger, weil ich gegen diese scheiß Kante hier gehauen habe. Aber das hat schon was. So, jetzt nach Bödemacht keinem gekommen. Aber ich habe eine Seele zurückgelassen. Gut. Ja, das ist doch etwas, was echt Spaß macht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ihr Bock habt, seid beim nächsten Mal dabei, dann geht es um die Geschichte weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gehört. Vielen Dank.